Die Ernährung des Erdferkels besteht hauptsächlich aus Ameisen und Termiten. Ihre langen Zungen können bis zu 20 cm erreichen, um sie zu fangen. Die scharfen Klauen des Erdferkels machen es zu einem Experten im Graben. Es kann bis zu 9 Meter tief graben, um Nahrung zu suchen. Das Erdferkel hat eine einzigartige Verteidigungsmechanismus, es kann seine Ohren und Nasenlöcher schließen, um sich vor Ameisen und Termiten zu schützen. Wussten Sie, dass das Erdferkel die einzige lebende Art in der Ordnung Tubulidentata ist?